Ich will die Gelegenheit nutzen, mich recht herzlich bei euch zu bedanken für das Jahr 2023. Ihr habt super mitgemacht, kommentiert, ihr habt uns mit Mails unterstützt und vor allen Dingen habt ihr uns Zuwendungen gegeben, die uns insgesamt ermöglichen, hier das Ganze zu betreiben und die vierte Macht darzustellen, die es dringend braucht. Ich sage recht herzlichen Dank, wünsche euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit, Peter Weber und das Team. Und wir sehen uns sicher auch zu Weihnachten. Davon könnt ihr ausgehen. Tschüss!